Das Rotkäppchen Es war einmal ein gar allerliebstes, niedliches Ding von einem Mädchen. Das hatte eine Mutter und eine Großmutter, die waren gar gut und hatten das kleine Ding so lieb. Die Großmutter absonderlich, die wußte gar nicht, wie gut sie's mit dem Enkelchen meinen sollte, schenkt ihm immer dies und das und hatte ihm auch ein feines Käppchen von rotem Sammet geschenkt. Das stand dem Kind so überaus hübsch und das wußte auch das kleine Mädchen und wollte nichts anderes mehr tragen. Und darum hieß es bei Alt und Jung nur das Rotkäppchen. Mutter und Großmutter wohnten aber nicht beisammen in einem Häuschen, sondern eine halbe Stunde voneinander, und zwischen den beiden Häusern lag ein Wald. Da sprach eines Morgens die Mutter zum Rotkäppchen, Liebes Rotkäppchen, Großmutter ist schwach und krank geworden und kann nicht zu uns kommen. Ich habe Kuchen gebacken. Geh und bringe Großmutter von dem Kuchen und auch eine Flasche Wein und grüße sie recht schön von mir und sei recht vorsichtig, dass du nicht fällst und etwa die Flasche zerbricht, sonst hätte die kranke Großmutter nichts. Laufe nicht im Walde herum, bleibe hübsch auf dem Wege und bleibe auch nicht zu lange aus. Das will ich alles machen, wie du befiehlst, liebe Mutter, antwortete Rotkäppchen, band ihr Schürzchen um, nahm einen leichten Korb, in den es die Flasche und den Kuchen von der Mutter legen ließ, und ging fröhlichen Schrittes in den Wald hinein. Wie es so völlig arglos dahin wandelte, kam ein Wolf daher. Das gute Kind kannte noch keine Wölfe und hatte keine Furcht. Als der Wolf näher kam, sagte er, »Guten Tag, Rotkäppchen!« »Schönen Dank, Herr Graubart!« »Wo soll es denn hingehen, so in aller Frühe, mein liebes Rotkäppchen?« fragte der Wolf. »Zu alten Großmutter, die nicht wohl ist,« antwortete Rotkäppchen. »Was willst du denn dort machen? Du willst dir wohl was bringen?« »Ei, freilich! Wir haben Kuchen gebacken, und Mutter hat mir auch Wein mitgegeben. Den soll sie trinken, damit sie wieder stark wird.« »Sag mir doch noch, mein liebes, charmantes Rotkäppchen, wo wohnt denn deine Grausmutter? Ich möchte wohl einmal, wenn ich an ihrem Hause vorbeikomme, ihr meine Hochachtung an den Tag legen,« fragte der Wolf. »Ei, gar nicht weit von hier, ein Viertelstündchen, da steht ja das Häuschen gleich am Walde. Ihr müsst ja daran vorbeigekommen sein. Es stehen Eichenbäume dahinter, und am Gartenzaun wachsen Haselnüsse,« plauderte das Rotkäppchen. »Oh, du allerliebstes, appetitliches Haselnüßchen, du!« dachte bei sich der falsche, böse Wolf. »Dich muß ich knacken, das ist einmal ein süßer Kern!« Und tat, als wolle er Rotkäppchen noch ein Stückchen begleiten, und sagte zu ihm, »Sieh nur, wie da drüben und dort drüben so schöne Blumen stehen, und harsch nur, wie allerliebst die Vögel singen. Ja, es ist sehr schön im Wald, sehr schön, und wachsen so gute Kräuter hierinnen. »Heilkräuter, mein liebes Rotkäppchen!« »Ihr seid gewiss ein Doktor, werter grauer Herr,« fragte Rotkäppchen, »weil ihr die Heilkräuter kennt. Da könntet ihr mir ja ein Heilkraut für meine kranke Großmutter zeigen.« »Du bist ein ebenso gutes, als kluges Kind,« lobte der Wolf. »Ei, freilich bin ich ein Doktor, und kenne alle Kräuter, siehst du?« »Hier steht gleich eins, der Wolfsbast, dort im Schatten wachsen die Wolfsbeeren, und hier am sonnigen Rhein blüht die Wolfsmilch, dort drüben findet man die Wolfswurz.« »Heißen denn alle Kräuter nach dem Wolf?«, fragte Rotkäppchen. »Die besten, nur die besten, mein liebes frommes Kind,« sprach der Wolf mit rechtem Hohn, denn alle, die er genannt, waren Giftkräuter. Rotkäppchen aber wollte in ihrer Unschuld der Großmutter solche Kräuter als Heilkräuter pflücken und mitbringen, und der Wolf sagte, »Lebe wohl, mein gutes Rotkäppchen! Ich habe mich gefreut, deine Bekanntschaft zu machen, ich habe Eile, muss eine alte, schwache, kranke besuchen.« Und damit eilte der Wolf vom Dannen und Sporn streichs nach dem Hause der Großmutter, während das Rotkäppchen sich schöne Waldblumen zum Strauße pflückte und die vermeintlichen Heilkräuter sammelte. Als der Wolf von das Häuschen der Großmutter des Rotkäppchens kam, fand er es verschlossen und klopfte an. Die Alte konnte nicht vom Bette aufstehen und nachsehen, wer da sei, und rief, »Wer ist draußen?« »Das Rotkäppchen!«, rief der Wolf mit verstellter Stimme. »Die Mutter schickt der guten Großmutter Wein und auch Kuchen. Wir haben gebacken.« »Greife unten durch das Loch in der Türe. Da liegt der Schlüssel!«, rief die Alte. Und der Wolf tat also, öffnete die Türe, trat in das Häuschen, in das Stübchen und verschlang die Großmutter ohne weiteres, zog ihre Kleider an, legte sich in ihr Bett, zog die Decke über sich und die Bettvorhänge zu. Nach einer Weile kam das Rotkäppchen. Es war sehr verwundert, alles so offen zu finden, da doch sonst die Großmutter sich selbst gern unter Schloss und Riegel hielt und wurde ihm schier bänglich um das junge Herzchen. Wie das Rotkäppchen nun an das Bett trat, da lag die alte Großmutter, hatte eine große Schlafhaube auf und war nur wenig von ihr zu sehen, und das Wenige sah gar schrecklich aus. »Ach, Großmutter, was hast du so große Ohren?«, rief das Rotkäppchen. »Dass ich dich damit gut hören kann«, war die Antwort. »Ach, Großmutter, was hast du für große Augen?« »Dass ich dich damit gut sehen kann.« »Ei, Großmutter, was hast du für haarige große Hände?« »Dass ich dich damit gut fassen und halten kann.« »Ach, Großmutter, was hast du für ein so großes Maul und so lange Zähne?« »Dass ich dich damit gut fressen kann.« Und damit fuhr der ganze Wolf grimmig aus dem Bette heraus und fraß das arme Rotkäppchen. Weg war's. Jetzt war der Wolf sehr satt, und es gefiel ihm sehr im Stübchen der Alten und in dem weichen Bett, und er legte sich wieder hin und schlief ein und schnarchte, dass es klang als Schnarre ein Räderwerk in einer Mühle. Zufällig kam ein Jäger vorbei. Der hörte das seltsame Geräusch und dachte, »Ei, ei, die arme alte Frau darinnen hat einen bösen Schnarche am Leib. Sie röchelt wohl gar und liegt im Sterben. Du musst hinein und nachsehen, was mit hier ist.« Gedacht, getan, der Jäger ging in das Häuschen, da fand er den Herrn Isegrim im Bette der Alten liegen, und die Alte war nirgends zu erblicken. »Bist du da?« sprach der Jäger und riß die Kugelbüchse von der Schulter. »Komm du her, du bist mir oft genug entlaufen.« Schon legte er an, da fiel ihm ein, »Halt, die Alte ist nicht da. Am Ende hat der Unholz sie mit Haut und Haar verschlungen, war ohne dies nur ein kleines, dürres Weiblein.« Und da schoss der Jäger nicht, sondern er zog seinen scharfen Hirschfänger und schlitzte ganz sanft dem festschlafenden Wolf den Bauch auf. Da guckte ein rotes Käppchen heraus, und unter dem Käppchen war ein Köpfchen, und da kam das niedliche, allerliebste Rotkäppchen heraus und sagte, »Guten Morgen. Ach, was war das für ein dunkles Kämmerchen da drinnen?« Und hinter dem Rotkäppchen zappelte die alte Großmutter, die war auch noch lebendig. Viel Platz hatten sie aber nicht gehabt im Wolfsbauch. Der Wolf schlief noch immer steinfest, und da nahmen sie Steine, gerade wie die alte Geiß im Märchen von den sieben Geißlein, füllten sie dem Wolf in den Bauch und nähten den Ranzen zu. Hernah versteckten sie sich, und der Jäger trat hinter einen Baum, um zu sehen, was der Wolf endlich anfangen werde. Jetzt wachte der Wolf auf, machte sich aus dem Bett heraus, aus dem Stübchen, aus dem Häuschen, und humpelte zum Brunnen, denn er hatte großen Durst. Unterwegs sagte er, »Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, in meinem Bauch wackelt's hin und her, hin und her wie Wackelstein.« Sollte das die Großmutter und Rotkäppchen sein? Und wie er an den Brunnen kam und trinken wollte, da zogen ihn die Steine, und er bekam das Übergewicht und fiel hinein und ertrank. So sparte der Jäger seine Kugel. Er zog den Wolf aus dem Brunnen und zog ihm den Pelz ab. Und alle drei, der Jäger, die Großmutter und das Rotkäppchen tranken den Wein und aßen den Kuchen und waren seelenvergnügt. Und die Großmutter wurde wieder frisch und gesund, und Rotkäppchen ging mit ihrem leeren Körbchen nach Hause und dachte, »Du willst niemals wieder vom Wege ab und in den Wald gehen, wenn es dir die Mutter verboten hat.« »Du willst niemals wieder vom Wege ab und in den Wald gehen, her.« Das gute Kind kannte noch keine Wölfe und hatte keine Furcht. Als der Wolf näher kam, sagte er, »Guten Tag, Rotkäppchen!« »Schönen Dank, Herr Graubart!« »Wo soll es denn hingehen, so in aller Frühe, mein liebes Rotkäppchen?« fragte der Wolf. »Zu alten Gruppen, das Rotkäppchen!« Es war einmal ein gar allerliebstes, niedliches Ding von einem Mädchen. Das hatte eine Mutter und eine Großmutter, die waren gar gut und hatten das kleine Ding so lieb. Die Großmutter absonderlich, die wußte gar nicht, wie gut sie's mit dem Enkelchen meinen sollte, schenkt ihm immer dies und das und hatte ihm auch ein feines Käppchen von Rotem Sammet geschenkt. Das stand dem Kind so überaus hübsch und das wußte auch das kleine Mädchen und wollte nichts anderes mehr tragen. Und darum hieß es bei Alt und Jung nur das Rotkäppchen. Mutter und Großmutter wohnten aber nicht beisammen in einem Häuschen, sondern eine halbe Stunde voneinander, und zwischen den beiden Häusern lag ein Wald. Da sprach eines Morgens die Mutter zum Rotkäppchen, »liebes Rotkäppchen, Großmutter ist schwach und krank geworden und kann nicht zu uns kommen. Ich habe Kuchen gebacken. Geh und bringe Großmutter von dem Kuchen und auch eine Flasche Wein und grüße sie recht schön von mir und sei recht vorsichtig, daß du nicht fällst und etwa die Flasche zerbricht, sonst hätte die kranke Großmutter nichts. Laufe nicht im Walde herum, bleibe hübsch auf dem Wege und bleibe auch nicht zu lange aus. »Das will ich alles machen, wie du befiehlst, liebe Mutter,« antwortete Rotkäppchen, band ihr Schürzchen um, nahm einen leichten Korb, in den es die Flasche und den Kuchen von der Mutter legen ließ und ging fröhlichen Schrittes in den Wald hinein, wie es so völlig arglos dahin wandelt.